Wir sind gerade in Stuttgart angekommen, ich habe gehört hier gibt es irgendwie eine neue Party rein, überall höre ich es aus dem ganzen U-Bahn, ein bisschen nach Berlin haben wir es sogar, in Stuttgart Big G, hab mal wieder was krasses auf die Weile gestellt, Big G, ihr kennt ihn alle von Catch Your Fire, leider wohnen wir nicht in Stuttgart, aber immer wenn wir hier sind, freuen wir uns auf ihn und auf die Neuigkeiten, der neue Style heißt Jam Afro Beat, ja, im City Department, Leute, ab dem 11.10. jeden zweiten Freitag, des Monats, Afro Beats, Raga, Reggae, Reggaeton, Soka, alle möglichen Musikrichtungen, gute Stimmung, Big G, Lucky Punch, BÖSIDA, ALU REBOTENA DI PLIAF, SUPPORTER PIG G, viel Spaß!